Hi, ein ganz kurzer Hinweis, bevor das Video startet. In drei Tagen erscheint The Way You See Me, mein erster Roman, den ich vor mittlerweile zwei Jahren gemeinsam mit euch im Rahmen eines Selbstexperiments hier auf YouTube gestartet habe. Falls ihr mich gerne unterstützen möchtet und das Buch, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr es vorbestellt oder je nachdem, wann ihr dieses Video hier seht, es euch im Laden holt. Alle Infos dazu findet ihr hier unten. Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Vlog aus den USA. Für die unter euch, die die letzten Videos nicht gesehen haben, ich bin hier jetzt gerade in Colorado, um meinen Partner zu besuchen. Der lebt nämlich für ein halbes Jahr hier, er ist beruflich hier und ich habe euch im letzten Vlog schon einige der Sachen gezeigt, die wir zusammen unternommen haben. Unter anderem waren wir im Red Rocks Amphitheater. Das ist eine richtig beeindruckende Outdoor-Bühne. Einmal waren wir da für ein Konzert und einmal fürs Freiluftkino, da lief Mamma Mia. Wir haben uns außerdem noch Boulder angeschaut, das ist hier so die nächstgelegene Stadt und wir waren dort auf dem Farmers Market und beim Shakespeare Festival. Und dieses Wochenende wollen wir jetzt gerne in den Rocky Mountain National Park. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran, dass der letzte Vlog damit geendet hat, dass das Thema Tickets so ein bisschen herausfordernd ist. Also man kann jetzt nicht einfach spontan sagen, so wir fahren jetzt in den Nationalpark am Wochenende, sondern man muss davor eben so einen Zeitslot buchen. Und diese Zeitslots sind derart gefragt, dass es wirklich teilweise Monate im Voraus schon ausgebucht ist. Das Gute ist aber zumindest, dass die immer am Vorabend um exakt 17 Uhr so ein Restkontingent an Tickets freischalten. Das heißt, mein Partner und ich, wir hatten hier so richtig unseren Taylor Swift Konzert Tickets Moment und saßen hier nebeneinander auf dem Bett, beide mit dem Laptop auf dem Schoß und haben versucht, diese Tickets zu kriegen. Es war halt ungelogen wieder genauso wie bei der Woche davor, dass diese Tickets innerhalb von 10 Sekunden weg waren. Mir wurde dann nur noch angezeigt, dass es nichts mehr gibt, aber zum Glück hat mein Freund es geschafft. Und deswegen hatten wir ein Ticket für 6 Uhr morgens. Ja, und dadurch, dass das halt von hier aus so circa anderthalb Stunden sind in den Nationalpark, war das ein ganz schön früher Start. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn ich kann jetzt zu euch sagen, setzt euch ganz in Ruhe hin, macht euch einen Kaffee oder einen Tee und genießt fünf Minuten Urlaub vom Alltag, denn ich nehme euch jetzt mit in den Rocky Mountain National Park. und dann auch rein und dann noch ein Kaffee oder anderen Kaffee. Und dann gibt es einen Kaffee, Musik 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 Das war's. Musik Weil ich die Natur im Rocky Mountain National Park so schön fand, wollte ich jetzt diesmal gar nicht groß im Off-Text drüber erzählen, sondern das einfach mal so ein bisschen für sich stehen lassen. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt in den letzten Minuten so ein bisschen durchatmen. Was wir dann so in den Tagen danach erlebt haben, das erzähle ich euch gleich. Ich wollte euch davor noch kurz so ein kleines Fazit geben zum Nationalpark. Ich hatte jetzt im Endeffekt zwei Tickets für den Nationalpark. Einmal das für 6 Uhr morgens, von dem ich euch vorhin schon erzählt habe. Das haben wir zum Wandern genutzt. Und dann einmal noch eins, das ich schon vor zwei Monaten gebucht habe für 14 Uhr. Und das war jetzt trotzdem noch ausreichend, um diese Panoramastraße zu machen. Ich fand die Natur im Nationalpark wirklich sehr, sehr schön und beeindruckend. Aber ich muss dazu sagen, dass das Wandern dort wirklich unglaublich anstrengend ist. Also mein Partner und ich, wir waren jetzt schon in mehreren Ländern wandern. In Deutschland natürlich vor allem jetzt, seitdem wir in München wohnen. Dann in Slowenien, in Schweden, in Italien, in Frankreich. Also wir haben schon einige Wanderwege gesehen, mit denen wir das so ein bisschen vergleichen können. Und das Interessante hier war, dass die Wanderung an sich gar nicht mal so anstrengend wirkt. Also zu verglichen mit den anderen Wanderungen, die wir gemacht haben, war das ungefähr so ein ähnlicher Bereich. Ja, mit dem ganz minimalen Unterschied, dass der Großteil dieses Wanderwegs auf über 3000 Metern Höhe liegt. Das bedeutet, dass der Sauerstoffgehalt in der Luft dort um einiges niedriger ist. Und das habe ich beim Wandern wirklich sehr deutlich gemerkt. Besonders krass war dieses Gefühl am höchsten Punkt der Panoramastraße. Also von diesem Alpine Visitor Center aus führt noch so ein kleiner Weg nach oben. Wirklich keine krasse Steigung. Das sind so ein paar Treppenstufen, die es da nach oben geht. Im Normalfall jetzt was, was man irgendwie so in fünf Minuten gelaufen wäre. Und ich war an diesem Tag jetzt davor nicht großartig angestrengt. Wir saßen ja die ganze Zeit wirklich nur im Auto, sind kurz ausgestiegen, um so ein paar Schritte zu machen. Und das war's. Und das war dann eben die erste Steigung, die wir hatten. Und auf dem Weg nach oben zu diesem Aussichtspunkt dachte ich echt, ich werde nicht mehr. Also ich hatte solches Herzrasen. Ich habe richtig gemerkt, dass ich viel, viel mehr Luft holen muss. Und dann habe ich eben das Schild gelesen auf dem Stand, dass es da auf 3.700 Metern Höhe eben 30 bis 40 Prozent weniger Sauerstoffgehalt in der Luft hat. Und das war eben dann am nächsten Tag auch beim Wandern die große Herausforderung, dass ich super schlecht einschätzen konnte, ob ich das jetzt schaffe oder nicht. Also ich musste ganz viele Pausen machen und habe dann so einen Weg vor mir gesehen, bei dem ich mir dachte, das sieht überhaupt nicht krass aus. Im Normalfall kriege ich das doch hin. Warum ist das gerade so anstrengend? Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie stolz ich dann war, als ich es wirklich am Ende bis zum Ende der Wanderung hoch zu Sky Pond geschafft habe. Ich habe zu meinem Partner zwischendurch gesagt, du, ich glaube, ich schaffe das vielleicht gerade mal so zu dem ersten Wasserfall, der irgendwie so nach einer halben Stunde auf dieser Strecke kommt. Aber wir haben dann echt sechs Stunden Wanderung durchgezogen. Übrigens noch so ein kleiner Funfact zum Rocky Mountain National Park. Vielleicht kennt ihr ja auch die Green Valley Buchreihe von Lily Lucas. Die spielt da in dieser Gegend und es gibt eben auch einen Band, in dem sind sie wandern und campen im Rocky Mountain National Park. Und ich habe diese Buchreihe eben kurz vor meiner Reise hierher entdeckt. Wirklich durch Zufall. Also ich habe jetzt nicht gezielt irgendwie nach Büchern gesucht, die in Colorado spielen. Und das war irgendwie jetzt ein sehr witziger Moment. Dann kurz darauf später dort zu sein. Es ist jetzt gerade Samstag. Übermorgen geht es für mich zurück nach Deutschland. Und in den letzten Tagen haben mein Partner und ich jetzt einfach ein paar ganz entspannte Abende miteinander verbracht. Wir waren unter anderem im Kino, haben uns Oppenheimer angeschaut und waren bei einem Pub-Quiz. Und heute haben wir dann zum ersten Mal einen Ausflug nach Denver gemacht zu Meow Wolf. Das ist eine interaktive moderne Kunstausstellung, so rund um das Thema Science Fiction und Aliens. Die wurde uns hier ganz oft empfohlen und sie hat uns auf jeden Fall gefallen. Aber wir fanden den Eintritt mit 50 Dollar echt ganz schön überteuert. Weil es draußen nach wie vor 35 Grad hat, waren wir danach jetzt nicht noch großartig in Denver unterwegs, sondern wir sind direkt zu einem veganen Restaurant gefahren. Da gab es dann panierten Blumenkohl mit Pommes und Mac & Cheese. Also so ein bisschen eine wilde Kombination, aber es war auf jeden Fall sehr lecker. Und morgen haben wir dann unseren letzten gemeinsamen Ausflug hier geplant. Für diesen Ausflug ging es für uns in Richtung Colorado Springs. Und weil uns die 3.700 Meter im Rocky Mountain National Park nicht hoch genug waren, haben wir nochmal so ein paar Hundert draufgelegt. Pikes Peak ist nämlich 4.300 Meter hoch. Da sind wir dann jetzt aber zum Glück nicht raufgewandert, sondern eine Panoramastraße gefahren. Und dadurch gab es dann auch deutlich weniger Schnappatmung. Die Aussicht dort war wirklich sehr schön. Und wir waren danach dann noch im Garden of the Gods. Der besteht aus roten Sandstein-Formationen. Die sind 65 Millionen Jahre alt und älter. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Und das war auch so ein richtig schöner Abschluss für meine Zeit in Colorado. Nach einem Rückflug voller ziemlich krasser Turbulenzen bin ich jetzt wieder zurück in Deutschland. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mal unten in die Kommentare schreibt, ob euch das Video gefallen hat. Und ob euch so grundsätzlich auch Vlogs hier aus München interessieren würden. Weil ich hätte irgendwie Lust drauf, das zu machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie interessant das so für euch ist. Denn das halt einfach nur der normale Alltag ist. Wenn ihr mögt, dann denkt sehr, sehr gerne an das Buch. Wie gesagt, alle Links dazu sind unten in der Infobox. Ich verlinke euch hier drüben jetzt nochmal den letzten Blog. Schaut auch da gerne mal vorbei. Und ansonsten passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.